Musik Blöde auf, blöde auf, Lebensmut kommt. Na 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 na, la 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 la, na 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 na. Hallo liebe Auefens. Aue gegen Hamburg. Hoho. Uiuiui, das wird spannend, Freunde der Sonne. Jo, das guck ich mir so gerne an. Uiuiuiui. Hallo Isabella mein Schatz. Isabella freust du dich auch auf das Spiel? Ja freundlich. Haha, bin ich gespannt was da passiert. Sag mal Isabella mein Schatz, weißt du wo unsere Freunde sind? Ja, ich glaub die sind hier unten beim Computer und machen sich Hamburger. Hohohoi. Was? Hamburger? Da muss ich gleich mal nachgucken. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Tatsächlich! Hamburger! Ui! He, 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 he. Frisch gebraten, werden wir die Hamburger vollnaschen. Ha, ha! Mit einem kräftigen 3 zu 0! Oh, das wär natürlich glöse, meine Freunde, wenn das wieder so klappen würde, ne? ...de Deckel drauf! Aue Gibbons mit 3 zu 0 wegen den Haarschauf. Hier kann Dieter Hecking seine Ruhe so noch bewahren. Oh, das wär klasse, wenn wir das wieder so schaffen würden. Ui, was wollt ihr denn mit den Hamburgern anstellen? Ha, ha, die werden ja die Pfanne hauen. He, he, braten. Na klar, und ich trink ne schöne Go-Go-Go-La dazu, mein Goodster. Du trinkst bestimmt Käsebier, ne? Na freilich, bring ich ein Käsebier. Und ich seh ja auch auf den Hamburger, ist ja auch Käse mit drauf. Ja. Kannst du mich da mal kosten? Na klar, das muss ich kosten, mein Goodster. Ha, freilich darfst du mal abreißen. Ha, wir teilen die gerecht auf. Alle Zweie. Zweie durch Viere. Ja, ich gehe da halten. Ha, ha. Okay, mach ich mit. So, Freunde. Jetzt bleibt es nur noch eins übrig. Ein wunderschönes Lied zu singen. Vermold, meine Perle. Du wirst heute untergehen. Denn du kriegst heute sechs Tore. Von Aue du wirst schon singen. Wenn du aus dem Kopf kommst, wirst du dich hier nichts holen. Du wirst, was du kommst, das hab Bissen gleich zuhaut. Ja. Wenn du aus dem Kopf kommst, kommst du eigentlich aus Polen? Wenn du aus dem Kopf kommst, die Niederhosen aus. Ja, ha, ha. Wenn ich weit weit weg bin, in Athen oder Alkendon, dann nehmt die Kammer, keine Perle, von Sie und Sie zu. Vermold, meine Perle. Du wirst heute untergehen. Du kriegst sechs große Tore. Volk von Aue du wirst schon singen. Ja. La 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 la. Wenn ich weit weg bin, in Athen oder Alkendon. Hier sind sie aber zunehmend von der Rolle. Nächste Abseitsfalle. Sie völlig in die Hose geht. Jan Hochscheid. 74. Minute. 2 zu 0. Es war ein starkes Aue gegen ein indistoriertes Hamburg. Hochscheid muss mit dem Jubeln kurz warten. Dann wird aber klar, auch hier ist es kein Abseits. Nur mal zum Vergleich. Aue hat in 2020 noch kein einziges Spiel gewonnen. Nur ein einziges Tor erzielt. Und hier schießen sie gleich drei. Jan Hochscheid setzt zwei Minuten vor Schluss den Deckel drauf. So erscheint des Bergmanns Guß bei der Nacht. So erscheint des Bergmanns Guß bei der Nacht. Glück auf! 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 Glück auf!